Liebe Stiftung Lesen, ich gratuliere ganz herzlich zu diesem silbernen Jubiläum. Ich hoffe, dass ihr auch in den nächsten 25 Jahren vielen, vielen Kindern das Lesen näher bringt, damit die dann später in 25 Jahren wiederum für euch aktiv werden können, um wiederum neue Kinder aktiv ans Lesen heranzufinden, damit die dann wiederum... Naja, und dann in 100 Jahren sehen wir uns wieder. Alles Gute!